Moin Moin, hier bei den Lese Looters und einem Sammelobjekte Guide für The Last of Us Part 2. Infiltration. Hier gibt es nur einen einzigen Tagebucheintrag. Nach der kleinen Spielstunde mit dem Hund geht ihr vorne aus der Tür raus, direkt nach links, durch die nächste Tür, wieder nach links. Und hier drinnen, wo offensichtlich ein paar Leute schlafen, findet ihr am Ende eine Trainingsgesche. Mit der interagiert ihr. Und Ellie findet die Marke von Owen, als er noch bei den Fireflies war. Wenn ihr die Marke zurücklegt, wird automatisch der Tagebucheintrag getriggert. Und damit haben wir auch alles. Liken, subscriben, nächstes Video gucken.